so wir gönnen uns jetzt casper mieses leben schräg durch folgen fit haiti ich hoffe ich spreche den namen hier richtig aus casper auf jeden fall og und eigentlich alles was er droppt hat er hand und fuß und boah ok da haben sehr viele leute mit produziert also das muss jetzt ein krankes video werden ja da sind jetzt die erwartungen hoch hat ist eine deutsche brin soweit ich das richtig jetzt in erinnerung habe und casper ich denke jeder kennt ihn drei minuten sex okay ich hoffe wieder auf drei parts mal gucken ok also allein wie das jetzt schon ausschaut wird das ein krasses musikvideo habe ich so gedacht dass das einfach am schluss dann feuer das alles brennt und alles brennt aber die also das haben wir vielleicht komplett will das nicht mal fertig laufen ich will dich wiedersehen mich tröster der nie sind regen was für ein mieses leben was war das was war das der track no joke ist einer solcher tracks der zwei dreimal im jahr rauskommt den ihr einfach dann ewig hört also bei mir ist es auf jeden fall so dass das einer genau der track ist der genau meine geschmack trifft also ich liebsten so also nach einmal hören ich werde jetzt schon digga das wird einer werden die ewig hören wird und auch das ist keiner der verliert nicht an qualität der wird nicht schlechter der wird einfach nicht schlechter und ja ich kann nur sagen 10 von 10 also ich habe vorher schon gedacht rin hat den track des tages aber digga das toppt einfach nochmal alles es ist so krass digga heute kommen echt gute songs aus kann man echt nur lob an preisen leute schreibt rein wirbt ihr den song gefunden mich interessiert sehr hier eure meinung also let's go schreibt rein was sie zu dem song sagt also ich bin einfach nur geflasht einfach nur komplett gut gewonnen ja danke fürs anschauen lass auf jeden fall ein abonnement gibt daumen oben sehr gerne wenn es euch gefallen hat und folgt für mehr reactions also ich habe jetzt auch das mikrofon neu ich glaube die qualität ist jetzt schon auf sehr sehr nice level jetzt liegt es nur noch an mir gute videos zu produzieren würde freuen wenn ihr ein abonnement da lasst und schreibt auf jeden fall noch mal rein wie ihr den song gewonnen habt